Gleich nach Sonnenaufgang am nächsten Morgen brechen wir auf. Ich misstraue Marik nicht, aber je weniger Möglichkeiten er hat, sich zu verplappern, je weniger Fehler gemacht werden können, je weniger er weiß, je schneller wir wieder alleine sind, umso besser. Ihr reitet, ihr reitet den großen Berg wieder hinunter, nicht einmal die erste Höhe habt ihr erreicht, nur die Wacht. Reiter erst, wenn wir unten sind, ein bisschen nach Norden, bis man uns nicht mehr sehen kann, bis wir hinter den Dünen sind, dann in Richtung Fluss. Farah nickt und als ihr dann an die Stelle kommt, wo dein Reitier das letzte Mal verendet ist, läuft es dir kalt den Rücken runter. Aber Farah führt euch geschickt an dieser steilen Klippe. Bald seid ihr wieder auf Wüstensand. Erleichterung, die fluttert mich. Dieser Fels, er hat mir Angst gemacht. Die Wüste, die kenne ich besser. Die habe ich gesehen, mein Leben lang. Ich lasse ein bisschen locker, halte mich nicht mehr so fest. Der Wind, der warme Wind streicht euch über eure Gesichter. Und ja, Farah zut wie geheißen, erst nach Norden und dann Richtung Fluss. Es werden ein paar Tage brauchen, bis ihr dort seid. Ein paar Tagesmärsche, auch mit Reitier. Vor allem, weil ihr zu zweit auf einem reitet. Wir haben es nicht eilig. Solange wir noch zu essen haben, ist alles gut. Hetzen wäre gefährlich. So reitet ihr. Genauer zwei Tage. Noch drei Tage bis zum Fluss. Würdet ihr hier nach rechts abbiegen, würdet ihr zum Würfel kommen. Da wollt ihr sicherlich nicht hin. Aber es gibt ein anderes Problem. Das Essen ist nun aus. Wie war das mit dem Jagen? Farah nickt. Ja, es bleibt nicht viel anderes übrig. Wart ihr schon mal jagen? Nein. Dann. Nein. Es gibt für alles das erste Mal. Ich brauche eure Hilfe. Alleine geht das nicht. Wir werden uns einen Hasen, einen Wüstenhasen jagen. Ich nicke. Sag mir, was ich tun soll. Sie steigt ab. Wie schnell könnt ihr laufen? Nicht sonderlich, aber es wird wohl gehen. Was soll ich tun? Habt ihr schon einmal von der alten Anstandsdame die Laute gehört, wenn sie sich darüber beschwert hat, dass wieder irgendwer gegen irgendwelche vornehmen Vorschriften verstoßen hat? Ja, natürlich. Ihr wisst auch, wie sie da ausgeschaut hat? Wie so ein großes Huhn, das die Flügel ausbreitet? Und Farah lächelt dich leicht an und wedelt mit den Armen? Ja, sie hat immer herumgefuchtelt wie so ein Huhn, wie so ein... Ich erinnere mich gut. Wenn ihr das machen könnt, dann seid ihr mir schon eine große Hilfe. Ich schau sie an. Neige den... Neige den Kopf ein wenig. Machst du dich über mich lustig, Mädchen? Wollt ihr lieber schießen? Ich presse die Lippen zusammen, ich mein's aber nicht wirklich ernst. Schau mich um, rechts, links, hier ist ja niemand. Nur sie und sie. Sie hat alles schon von mir gesehen. Was soll's? Ach verdammt, was man nicht alles macht. Um zu überleben. Und wo? Einfach hier so? Nein. Seht ihr diese Felsformation dort hinten? Ja. Das ist meistens dort, wo sie sich verstecken. Einmal laut schreien und dann, wenn ein Hase rauskommt, ihm hinterher rennen. Ich... Sie... Er darf sich... Er darf nicht stillstehen, sonst kann man ihn kaum sehen. Deswegen brauche ich euch. Okay. Ich verstehe. Ich schaue sie nochmal an. Ist ein bisschen abschätzig, aber... Dann nicke ich und bewege mich in die Richtung. Wenn ich nah genug dran bin, dass ich glaube, dass es Sinn macht und nicht zu früh ist... Dann breite ich die Arme plötzlich aus und renne auf den Hügel zu und schreie... Und wieder ganz verrückt mit den Händen dabei. Und tatsächlich, es stülpt etwas an dir vorbei. Du kannst es kaum erkennen, aber du bist dir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich einer der Hasen ist. Und es macht ein lautes Flup-Geräusch Und viele Meter vor dir, der Hase war schnell Liegt nun ein totes Bündel Meine Augen sind groß Ich blicke rüber zur Fahrer Dort steht sie mit einer Steinschleuder Ich schüttel den Kopf Faszinierend Dann bewege ich mich auf dieses tote Ding zu Ich will es sehen Ich habe wahrscheinlich noch nie Ein unzubereitetes totes Tier gesehen Ein schönes Tier Ja, so wie es dort liegt Ist es kaum zu erkennen So wie es da liegt Ist es kaum zu erkennen Es könnte eine Düne sein Tarnen tut es sich Tarnen, verschmilzt fast Mit dem Sand Ich komme näher Knie drüber Schaue das sanfte Feld an Das schöne Muster Die langen Ohren Dann berühre ich es Sanft Es ist warm Es ist So warm wie Ein Stein Auf den die Sonne den ganzen Tag geschienen hat So warm wie Eine Mutter Wenn sie ihr Kind liebt Ich packe es Greif in das Feld Und heb es hoch Du siehst Am Kopf Ist eine Wunde Blut Blut Tropft dort hinaus Ist das Tier tot? Das Tier ist tot Dann Nehme ich es und Lauf euer Pfarrer zu Ich lächel melde Ein einziger Schuss Fasziniert Wo hast du das gelernt Lass mich raten Von deiner Mutter Ja Tatsächlich Von meiner Mutter Ja Ich war Bevor wir überfallen worden sind Für die Jagd zuständig Verstehe Und was Was machen wir jetzt mit dem Ding? Und ich Werfe es hier hin Ich muss schauen Ich hoffe ich hatte Ja hier ist es Und sie holt ein kleines Messer hinaus Wir müssen ihm das Fell Herunterschneiden Ich betrachte das Messer ein bisschen skeptisch Und schüttel dann den Kopf Ich greife in meine Tasche Und hole den wertvollen Dolch hervor Der ist bestimmt schärfer Diesmal macht sie große Augen Wow Kommt es nur aus ihrem Mund heraus Jetzt schau nicht so Nimm ihn schon Wie ihr wünscht Und sie nimmt den Dolch ehrfürchtig Und fängt an den Hasen zu bearbeiten Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Noch einen? Jetzt wirst du ja mal frech Wir könnten Ich könnte es auch selber tun Aber dann dauert es länger Das war ein Schatz Was willst du? Trockene Büsche Reisig Wir brauchen Ein Feuer Damit wir ihn zubereiten können Ich seufze Diese ganze Überleberei Wird langsam anstrengend Ich schau mich um Nach Büschen Dort am Rand stehen Büsche Ein Ja Hier muss mal Ein Fluss gewesen sein Oder etwas ähnliches Vielleicht auch eine Oase Aber Total trocken Gehst du hin? Ja Du näherst dich Und Holst ein wenig Reis Von den Büschen Schneidest Oder knickst Schaut auf Und Wischt sich die Blutigen Hände An ihrem Hemd ab Und Geht darauf zu Ja? Schau Was gibt es? Dieser Busch da Was ist das? Warum wachst dir hier etwas? Sie nähert sich Sie nähert sich leicht Und sie nähert sich langsam Ich verstehe Dieser Busch trägt Wurzeln Ganz tief ins Erdreich Müsst ihr wissen So tief Dass man einen Tag dran buddeln könnte Man wäre noch nicht zu den äußersten Spitzen vorgedrungen Aber das heißt, dass da unten Wasser ist? Ja Da unten ist Wasser Vermutlich sind wir dem Fluss schon nahe Diese Beeren Kann man die essen? Nein Wenn man sie isst, bekommt man Fürchterliche Hallonisa Fürchterliche Hallonisationen Heißt es Halluzinationen Heißt dieses Wort, Mädchen Aber das ist nicht schlecht Kann man sie berühren? Oder ist das auch gefährlich? Weißt du das? Nein, das weiß ich leider nicht, Herr Uns wurde als Kindern verboten, sie auch nur anzusehen Ich verstehe Aber diesen Luxus haben wir nicht Und ich gucke in meiner Tasche nach einem Tuch oder ähnlichem Und dann berühre ich die Beeren nur mit dem Tuch und pflücke sie ab Roter Saft läuft von diesen Ästen, wenn du sie flückst Es hat einen lieblich süßlichen Geruch Sie riechen so wie Himbeeren oder diese anderen exotischen Früchte, die man dir gebracht hat aus den anderen Ländern, als du noch essen durftest Ich rieche dich jetzt Ich rieche sie an, dass die Flüssigkeit sich verbreiten kann und dass die Früchte trocknen Währenddessen hat Pharah ein Feuer entfacht und dörrt den Hasen Die Hälfte für jetzt Zum Speisen Die andere Hälfte Sollt ihr mitnehmen Vielleicht reicht es bis zur nächsten Oase Ich blicke das Fleisch des Hasen an Hab ich das noch nie gesehen Faszinierend Und doch so köstlich in diesem Augenblick in meiner Nase Ich blicke Pharah an Nicke ihr zu und nehme von dem Fleisch Kaue Ganz langsam Ich zwinge mich dazu, ganz langsam zu kauen Ein bisschen nach dem anderen gegen den Geschmack in mich hineinsaugen Den Genuss Es könnte gesalzen und gewürzt sein Keine Kräuter, keine Zitrone Es fehlt praktisch an allem Und trotzdem Schmeckt es köstlich für mich in diesem Augenblick Nach all dem Brei und trockenem Brot Und diesen Fürchterlichkeiten der Reise So ist ihr Und es wird langsam dunkel Ihr werdet am besten hier nächtigen Und dann eure Reise weiter antreten Was machst du? Wir Wir sollten hier Wir sollten hier rasten Wir sollten schlafen Ich denke Und ich schau mich um Wir werden Was weiß ich über solche Regionen Gibt es hier wilde, gefährliche Tiere? Ja, die gibt es im Grunde in der ganzen Wüste Also Schakale Raubvögel Und solcher Dinge Von denen hast du gelesen Und es wird kalt werden So wie immer Ich suche unsere Tücher heraus Und setze mich hin Dann schaue ich sie an Ich möchte, dass du jetzt schläfst Du bist müde Ich brauche dich stark Ja Ich danke euch Ich werde wachen Und dann Atme ich dich tief durch Lass mir nichts anmerken Komm her Sie kommt langsam auf dich zu Es wird kalt Wir haben nicht viel Decken Und ich öffne meine So dass sie Sich an mich lehnen kann An mich legen Das tut sie dann auch Und Legt ihren Kopf An deine Schulter Decke uns beide zu Meine Hand ist um Ihren Körper geschlungen Nicht leidenschaftlich Eher schützend Ich habe auch Nicht solche Gedanken Gerade Vielleicht einen Sekundenteil Ja Mit einem Mann Aber Aber Ich habe anderes im Kopf Ich muss diese Frau Ich bin auf sie angewiesen Ohne sie bin ich verloren Das wird mir immer klarer Und sie muss stark sein Und so wärme ich sie Bleibe sitzen Und versuche wach zu bleiben Solange ich kann Ja Es wird immer später Die Der Mond ist schon weit oben Das Feuer Es prasselt Dieses monotone Geräusch Und das leichte Knacken Es ist alles so einschläfernd Es macht alles so müde Versuche mich wach zu halten Presse Meine Arme Um Den Leib der jungen Frau Meine Stirn auf Ihr Haar Gedrückt Der Geruch von Schweiß Und Wüste Und diesem Was auch immer Ja Nach Dieser wunderliche Geruch Nachdem sie immer riecht Meine Augen werden schwer Ja Dunkel Du streifst herum Du suchst etwas Wo ist es Was ist es Wo Ich schaue Ich schaue nach oben Es ist da Nein Nein Ich schaue nach rechts Es ist da Ja Das Leuchten Das Leuchten Es ist wieder da Ich eile hin Ich renne Ich renne so schnell ich kann Auf das Leuchten zu Hey Hey Rufe ich Nur ein kleines Lachen Eine Art Kinderlachen Und es geht weiter Über Stock Über Stein Der Boden Der Er ändert sich Zuerst ist er Die normale Wüste So wie du ihn kennst Dann ist er plötzlich Der kalte Stein Den du An diesen Klippen Betreten hast Kantig Schartig Schneidest dir die Füße auf Aber das Leuchten Es ist immer noch weit weg Und du möchtest Da doch so gerne hin Hey Hey Ich renne weiter Bis Soweit mich die Füße tragen Bis mein Atem Nicht mehr mitmacht Ich renne und renne weiter Wenn ich stolper Stehe ich wieder auf Ich muss es finden Ich muss es Ich brauche es Ich Ohne es Oder es bin ich verloren Es ist meine einzige Chance Kostet was ich wolle Und wenn Wenn ich Ich renne Du rennst weiter Und plötzlich wird dir kalt Der Boden ändert sich in Schnee Hä Was Ich schaue mich um Eisiger Wind Wirklichen Geschichten Und was mich verwundert ist Wenn ich es doch nicht kenne Wie kann ich es mir vorstellen Ich öffne die Hand Du siehst dort Ja In deiner Hand In deiner Hand liegt etwas Ein Ball Er ist weich Aber kalt Ich Schließe die Hand Ein bisschen Um den Ball herum Drücke die Finger Um An den Ball Wasser läuft Dir die Finger hinab Ich schaue das Ding an Ganz verblüfft Ganz verdutzt Und Dann kriegst du Einen ebensolchen Ball Gegen den Kopf Er ist nicht hart Nur kalt Hier bin ich Hier bin ich Fahrrad Fahrrad winkt dir Na du alte Schnarchnase Ich starre sie an Sie wirft doch mal einen Ball auf dich Du kriegst dich nicht Du kriegst dich nicht Ich Ich nehme den eigenen Ball Und werfe ihn ihr entgegen Trifft sie am Kopf Plötzlich Im Flug Ist dieser Eis Ball In einen Stein Ein Sie hat es sich verwandelt Sie fällt Nach hinten um Nein Nein Ich renne auf sie zu Dort ist sie aber nicht mehr Dort ist nur diese Hase Diese Hase Ich starre den Hasen an Blutig im Schnee liegend Ich starre an Roter Schnee Dann dreht sich der Kopf des Hasens zu dir Du suchst mich Ich taumel rückwärts Der tote blutige Hase Er spricht Ich taumel rückwärts Ich falle in den Schnee Und dann hörst du seine Stimme weiter In deinem Schädel Du suchst mich Aber du suchst mich auf der falschen Weise Was? Wo? Wo? Wo bist du? Sag es mir! Wo finde ich dich? Wie finde ich dich? Du findest mich in deinem Herzen Und dann wachst du auf Benommen rappel ich mich auf Taumle über die Dünen Hinter einen dieser Büsche Um mich zu erleichtern Ich habe von Visionen gehört War das sowas? Eine Vision? Ich weiß es nicht Wenn ich fertig bin Riech mich um wieder Gehe über die Düne Schau noch, Pfarrer Pfarrer Bereitet gerade alles zum Aufbruch vor Da liegt noch dein Tuch mit den Früchten Sind mittlerweile getrocknet Du findest mich In deinem Herzen Dann was heißt das? In meinem Herzen Was soll das bedeuten? In meinem Herzen Und ich Halt mir das Herz Das Kalte Pochende Herz So kalt wie der Schnee Was soll ich da finden? Da war nie was Da ist seit mein Vater tot Und meine Mutter mich verbannt hat Nichts mehr Schon lange nicht Was soll ich nur finden? In meinem Herzen Geistes Abwesend Wander ich Zu den Früchten Sind sie Trocken? Ja Sie sind getrocknet Dann packe ich sie zusammen Ich werde sie später Weiterverarbeiten Packe sie in meine Tasche Und dann steht Fahrer Plötzlich hinter dir Ha! Schleich dich doch nicht so an Es tut Es tut mir leid Ich wollte euch nicht erschrecken Ich wollte euch nur fragen Ob ihr auch ein wenig Wasser wollt Ja 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 danke Danke dir Hier Und sie lächelt dich an Trinkt ruhig Ich habe mir Extra einen zweiten Wasserschlauch Geben lassen Bis zur nächsten Oase Sollte es nicht weit sein Dann können wir sie wieder auffüllen Lecker Sie schaut dich dann Kurz an Lächelt dir zu Und Geht dann wieder Zum Kamele Um Dort Die Sachen Final festzuschnucken Gut Bist du soweit? Sie nickt Ja Seid ihr auch bereit? Wir werden noch Ungefähr Einen halben Tag reisen Und dann sind wir an der Oase Dort füllen wir am besten Die Schläuche auf Stocken unsere Vorräte auf Und Dann geht es weiter Bis zum Schluss Schnecke Hast du schon mal Schnee gesehen? Was ist Schnee? Ja Ich weiß es nicht Ich habe davon gelesen Etwas das vom Himmel fällt Wenn es sehr sehr kalt ist Ich habe es gesehen Gesehen? War euch kalt in der Nacht? Nein Ich habe davon geträumt Von etwas Das ich nicht kennen kann Ich frage mich Was es bedeutet Ist es eine Botschaft? Eine Falle? Räume, Fahrer Räume sind das Was unser Herz begehrt Das hat mein Vater immer gesagt Vielleicht wollt ihr ja diesen Schnee sehen Räume sind das Was unser Herz begehrt? Ja Das ist das Was mein Vater immer gesagt hat Lass uns weiter Ja Der Fluss ist nicht mehr weit, oder? Nein Wie gesagt In einem halben Tag Sind wir an der Oase Und von dort aus Noch ein Tagesmarsch Gut Dieser Traum Deine ganzen Gedanken Schwirren um diesen Traum Also merkst du es gar nicht Als ihr plötzlich bei der Oase seid Und ihr anhaltet Ach Ich schrecke auf Schau mich um Das hier ist die letzte Oase vom Fluss Ich schau mich um Was Kenne ich diese Oase? Weiß ich was über sie? Hab ich von ihr gelesen? Nein Welche Bedeutung hat sie Im großen Scheme Meines Reiches? Du hast nichts von dieser Oase gelesen Die Oasen werden einfach nur als allgemeines Thema aufgegriffen Dass sie für euren Wohlstand Sorgen und Dass Städte drumherum Oder Dörfer drumherum gebaut sind Und hier seid ihr offensichtlich In einem der Dörfer Ich schau mich um Kann man hier Handel treiben? Ja Dort ist ein Älterer Herr Offensichtlich Mit Körben und sonst was Besteckt Wahrscheinlich ein Händler Was hat er verwahren? Eingelegte Datteln Und Klapperschlange Dort hat er noch Das ein oder andere Werkzeug Einen Eine Picke Und eine Schaufel Eher Ramsch Hast du Schau ihn an Wir brauchen Proviant Proviant? Der Herr Natürlich Natürlich Feinste Datteln Feinste Datteln Aus den Tiefen Unseres Landes Ja ja Pack ein Und etwas Hast du Mehl? Nein Mehl habe ich nicht Aber gutes Fladenbrot Frisch gebacken Nur drei Tage alt Ja Auch davon nehmen wir Ja sehr wohl Sehr wohl Wie Wollt ihr denn zahlen Der Herr? Graf in die Tasche Da ist Mein Beutel Mit den Münzen Ich denke nach Diese Leute Die haben nicht viel Münzen werden sie Nicht häufig sehen Ich nehme das Die kleinste Die ich finden kann Hol nur die heraus Ganz bewusst Ich habe nicht viel Oh Eine Münze Das ist viel besser Als die olle Ziege Die der alte Afrascheck Mir verkauft hat Wollt ihr Wollt ihr vielleicht Noch einen Teppich Dazu kaufen Herr Hast du Hast du warme Kleidung? Ich habe einen Schal Und ich habe Otterfelle Ganz hoch aus dem Norden Aber Kleidung habe ich nicht Zeug die Felle Ja du siehst sie Kleine Felle sind sie Man konnte sie vielleicht Um die Füße Und um die Hände Schnüren Aber das Wäre es dann auch wirklich Nur mit guter Handarbeit Könntet ihr daraus Vielleicht einen Mantel Oder so etwas fertigen Und du weißt nicht Du kannst es sicher nicht Ob Farah Auch noch das kann Irgendwo müssen doch auch Die Grenzen Bei diesem Mädchen liegen Wir nehmen sie Ja Sehr wohl Sehr wohl Und Da hinten Auf das Kamel Ich nicke Gut Gut Ihr seid zu gütig Herr Zu gütig Und Er Verneigt sich einmal Vor dir Und küsst dir Deine Hand Das bedeutet Ich habe viel zu viel bezahlt Und er wird Verdacht schöpfen Ich verstehe Verdammt Ich arbeite nicht weniger Was soll ich machen Wenn diese Leute Alle so arm sind Und ich schaue zu Farah Ich lasse die Sachen Aufpacken Und sage Wir müssen uns beeilen Wir müssen bald wieder weg Wieso Was ist passiert Farah Kommt gerade mit Zwei tropfen Dann Wasser Ich habe Ich habe Proviant gekauft Wir müssen dann besser Ausgerüstet sein Ich habe es mir anders Überlegt Aber das erkläre ich dir Später Okay Aber der Mann weiß Dass ich kein normaler Junge bin Hat er euch erkannt? Nein Aber mein Geld Ja Ich verstehe Der Blick von Farah wird ein wenig Traurig Ich glaube nicht Dass wir uns Vor ihm fürchten müssen Echt? Warum? Seht ihr Dieses Mal Auf seiner Stirn? Ich schaue es Ja Es ist ein Korruption Der auf seiner Stirn Gebrannt ist Weiß ich Was das bedeutet? Nein Was heißt das? Seitdem Der Visier In der Macht ist Lässt er Leute Die Die letzten Steuern Nicht zahlen Kon Kon Brandmarken Sollten sie noch einmal Die Steuern Nicht zahlen können Werden sie Hingerichtet Ich verstehe Ich glaube ihr habt Ihm einfach nur Das Leben gerettet Ich nicke Und dir fällt auf Dass Hier in diesem Dorf Ganz viele Sogar Kinder Haben dieses Zeichen Auf der Stirn Der Visier Er zerstört Dieses Land Und der begreift Das nicht mal Trotzdem Lass uns gehen Sobald wie möglich Ja Dann lasst uns gehen Ihr wollt also Nochmal in der Wüste Schlafen Oder wollt ihr doch Lieber hier Nein Wir bleiben nicht hier Gebt mir noch Ein paar Minuten Um mich zu sammeln Und dann Reiten wir los Und so Reitet ihr aus Der Oase Wieder hinaus Ihr Könnt den Fluss Schon hören Laut plätschert er Es ist ein großer Fluss Als ihr ankommt Ist es dunkel Wir sollten ein wenig Weiter weg vom Fluss Schlafen Suche einen guten Platz Dort hinter den Dünen Könnte es Gut passen Dort sollten die Krokodile Nicht kommen Ich nicke Ich Packe von dem Fladenbrot aus Und von den Datteln Fladenbrot ist hart Und staubig Du hast noch Nie so staubiges Brot gegessen Es Schmeckt auch Muffig Die Datteln Die Datteln Sind Sehr Klebrig Was davon zeugt Dass auch sie Schon mehrere Tage Alt sind Ich schüttel den Kopf Ich Werd mich nie An diesen Fraß gewöhnen Aber was soll man machen Ich schneid es auf Das Brot Und stopf die Datteln rein Und gebe Fahrer Einen Teil davon Danke Herr Ich nicke Wie viel habt ihr gezahlt Die kleinste Münster Die ich hatte Wisst ihr Was sie bedeutet Könnt ihr sie beschreiben Ich kenne Die Münzen Ich denke ich habe von ihnen gelesen Es ist die kleinste Währung Aber Ich weiß Dass für solche Leute Selbst die allerkleinste Währung Eigentlich Zu viel ist Ihr habt gut bezahlt Aber ihr habt auch wahrscheinlich Ein Menschenleben gerettet Was so eine kleine Münze So viel verändern kann Ist das Traurigste an dieser ganzen Geschichte Ich werde ihn bestrafen Ihn und alle Die mitgemacht haben Wir müssen eine Entscheidung treffen Fahrer Was war eine Entscheidung Herr Ich schaue nach Norden Und dann nach Süden Mein erster Instinkt Sagte mir Dass ich nach Süden soll Zu den Dunder Weil das der Ort ist Wo man am wenigsten Nach mir suchen wird Aber das war ein Eine Entscheidung aus Angst Ohne Überlegung Ich weiß nicht Was es dort gibt Und was uns dort helfen kann Was ich nicht zu meinem Zu meinem Onkel kann Das ist klar Aber ich habe von Schnee geträumt Bei den Dunder Gibt es keinen Schnee oder? Nein Die Dunder Leben Weiter im Süden als wir Es ist sehr warm dort Und nass Verstehe Aber bei den Astralo Da gibt es Schnee Wenn Schnee Dieses Eis ist Von dem ihr erzählt habt Ja Wahrscheinlich Ich schaue sie an Was Nach was sehnst du dich am meisten? Nach dem Tod des Generals Verstehe Aber zurückzugehen ist zu früh Direkt Ihr habt das alles im Traum gehabt Richtig? Ja Dann lasst uns zu den Dunder gehen Warum? Sie wissen Viel Über Träume Okay In mir ringt es ein wenig Soll ich hören Auf den Rat Einer Einfachen Markt Oder Am Gefühl folgen Diesem Schnee Nachgehen zu wollen Aber andererseits Zu den Dunder zu gehen Wäre besonders klug Wir haben diese Fälle gekauft Wenn immer jemand nach uns Fragen würde Dann könnte der Mann Im vollen Glauben Sagen Dass wir warme Kleidung Gekauft haben Eine perfekte Täuschung Ich nicke Gut Lass uns schlafen Wir wechseln uns heute ab Soll ich zuerst die Wache halten? Ja Ich bin müde Und Sie Schaut Etwas Fragend Auf die Decken Ich öffne meine Und nicke Diesmal ist sie es Die Deinen Kopf an ihrer Schulter Ruhen lässt Wieder dieser Geruch Sie stinkt ein bisschen Kein Wunder Nach all Den Tagen Aber es ist irgendwie auch angenehm So vertraut So So Ich kann es nicht erklären Ich schließe die Augen Drücke meine Nase In ihr Gewand Ich seifze Ich atme Ich schlafe Das Leuchten Es ist wieder da Vorne 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 Ich renne Ohne zu zögern Sprinte ich los Über Die Dünen hüpft es Tief 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 hinein In die In diesen In einen Sturm Tief hinein Muss durch den Sturm Bleibe kurz stehen So was hab ich noch nicht gesehen Ein Sandsturm Von dieser Gewalt So riesig Anumfassend Angst Angst Mein Herz pocht Mein Herz pocht Ich atme Ich atme Ein bisschen Sand Kommt mir in die Lunge Dieser Traum Ist das ein Traum Er ist wieder so real Ich seufze Dann schließe ich die Augen Und trete in den Sturm hinein Komplette Stille. Hallo? Komplette Stille. Hallo? Pfarrer? Bin hier. Hier bin ich. Helft mir. Pfarrer? Helft mir. Ich renne. Der Stimme hinterher. Durch den Sturm, egal wie sehr er mich peitscht, egal wie der Sand gegen meine Haut spritzt. Ich renne. Pfarrer? Mein Herzbacher. Der Sturm, er wird immer dichter, immer dichter. Bis du plötzlich auf einer Lichtung stehst. Ich starre. Wo bin ich? Wo ist Pfarrer? Du siehst dich um. Du stehst auf einer Lichtung. Es ist warm. Es ist warm. Es ist feucht. Es fühlt sich an, als würdest du durch eine Wand laufen. Geräusche von Tieren. Du schwitzt am ganzen Körper. Ich versuche meine Kleider ein bisschen luftig zu machen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Ich taue mir hin und her. Blutspuren auf dem Boden. Ich starre auf das Blut. Ich starre nach vorne. Den Spuren hinterher. Folgst du den Spuren? Vor dir tut sich ein gewaltiges Gebäude auf. Nach spitz oben zulaufend mit einer großen Fläche. Und dort ist ein steinender Tisch, den Pfarrer gekettet ist. Sie schreit bestialisch. Ich starre die absurde Szene an. Starre zur Pfarrer. Blutig. Geschunden. Und hat's. Es pocht. Nicht kalt. Nein. Da ist ein Funke. Ein warmer Funke drin. Der brennt. Heiß. Ich schreie. Ich renne los. So rennst die Stufen hinauf und dort siehst du dann, wie sich eine Gruppe von vermummten Gestalten um diesen Tisch gestellt hat. Ein Opferdolch ersplitzt im Sinnlicht. Ich brauche sie. Halt. Ich brauche sie noch. Der mit dem Dolch. Schief schaut er dich an. Ist es nicht Macht, nachdem es dir gelüstet? Sie ist doch nur ein Bettelweib. Ja, ja. Aber sie ist mein Bettelweib. Lass den Dolch sinken. Wenn du sie opferst, könnte das nicht die Amo befriedigen. Ach, dass denn was er sagt? Irgendwas sagt dir ja und dann sagt ja auch wieder etwas nein. Dein Verstand sagt ja. Dein Herz sagt nein. Ich schreie. Lass sie los! Und dann verpuffen die Gestalten. Und Pharah liegt in deinen Armen. Du wachst auf. Ah, ah, und instinktiv und auch voll Ärger erfüllt stupse ich sie so stark ich kann von mir weg. Ah, was, was ist los? Ich stach sie an, wütend. Kälte in meinem Herzen, sie ist wieder da. Pharah schaut dich einfach nur verdutzt an. Sie weiß gar nicht, was hier jetzt los ist. Ich bin der zukünftige Pfarrer. Ich bin der angestammte Herr der Welt. Eine große Zukunft ist mir beschieden. Verstehst du das? Ja, aber warum? Ich kann keine Rücksicht nehmen. Wenn es um mein Volk, um mein Reich geht, dann kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich muss der Logik folgen, dem Verstand. Verstehst du das? Nein, Herr. Ich weiß nicht, von was ihr redet. Wie, ist es noch Nacht? Ja, es ist noch Nacht. Schlaf, du, nur und ich. Ich passe auf. Leck dich hin. Ich passe auf. Ja, ja, Herr. Wenn sie wieder einsteigend macht, auf mich zuzukommen, um die übliche Schlafpose einzunehmen, hebe ich die Hand. Leck dich da hin. Sie nickt langsam, noch völlig verwirrt und legt sich hin. Ich sitze bewusst ein paar Meter weg. Sitze da und starr sie an. Dieses Bettelkind. Diese stinkende Magd. Schlaf. Du bleibst wach die restliche Nacht? Ja, ich kann sowieso nicht mehr schlafen. Was für eine fürchterliche Beleidigung. Ja, dass ich sie begehre, das ist eine Sache. Bisschen Spaß mit einer Magd. Natürlich. Es wäre nicht die erste und auch nicht die letzte gewesen in meinem Leben. Aber das da. Nein. Sie ist ein Instrument. Einfach nur ein Instrument. Etwas, was ich benutzen kann, um meine Macht zurückzuhalten. Jawohl. Jetzt soll sie schlafen, damit sie stark ist. Ich sitze da und starr sie an, wie sie da liegt. Ihren dürren Leib. Zart, so zierlich. Schlazer Haar. Über das Gesicht gelegt. Lockig. Völlig verfehlst. Hässlich. Widerlich. Widerlich. Und so sitze ich. Es wird Tag. Fahrer wacht auf und beginnt stumm, die Sachen zu packen. Was das tut der Weile? Ich kontrolliere das Pferd. Wie geht es dem Tier? Dem Tier geht es gut. In der Oase konnte es gut grasen und noch ein wenig trinken. Gut. Wenn du so weit bist, gehen wir los. Dann können wir gleich los. Ich habe alles gepackt. Was? Ich denke, am Fluss sollten wir nicht reiten. Nein. Nein. Wir müssen durchwarten. Du gehst voran. Ich führe das Pferd. So. Geht er die Dünnen wieder hinauf und die. Und der Fluss erplätschert. Er plätschert umher. Das kühle Nass. Das Schilf rumherum. Versperrt ein wenig die Sicht. Weiter dort oben. Weiter dort oben. Steht sie. Die Burg. Der Würfel. Ja. Wir werden dran vorbei müssen. Aber es gibt den Seitenarm. Jetzt ist es dichter. So sieht man uns nicht. Auf die andere Seite des Schlosses und dann zum Seitenarm. Das ist der Plan. Ich suche. Wenn ich den Fluss sehe, nach einer guten Stelle. Dort geht es ein wenig tiefer. Aber das Pferd könnte dort gut stehen und das Schilf ist dort nicht ganz so dicht. Weniger Schnitte werdet ihr davon bekommen. Ich blicke nach den. Nach den Krokodilen. Du siehst keine. Zumindest gerade noch nicht. Ich. Halt. Ja. Fahrer kommt her. Fahrer kommt auf dich zu. Zeig mir deine Hände. Sie zeigt die Hände. Sind da Wunden? Ja. Ein, ein, zwei kleine Schnittwunden. Sind die offen? Blut? Nein. Nein. Kein frisches Blut. Zeig mir deine Beine. Auch die Beine zeigt sie ihm. Ich starre auf die Waden. Mein Herz pocht. Durchtrainierte Beine. Datenhärchen. Durchtrainierte Waden. Braun gebrannt. Und auch weiblich. Lang. Schmal. Ich schaue ihren Fuß an. Ich halte ihre Ferse fest. Blicke. Die Zähne. Blut? Nein. Kein Blut. Dann schaue ich meine an. Zeig ihr sie auch. Siehst du was? Nein. Dort ist nichts. Schau die Hände an. Präfer mich. Nein. Auch dort nichts. Gut. Dann können wir ins Wasser. Ja. Ich habe gelesen, dass diese Tiere, dass sie Blut wittert. können. Ja. Das ist sehr klug von euch. Ja. Du gehst vor. An dieser kleinen Schneise, wo der Schilf nicht so dicht ist, lässt sich Farah ins Wasser ab. Am Anfang ist es nicht so tief und sie geht nur mit dem Fuß hinein. Und dann, wenn ich weiter stehe, steht sie schon zur Hälfte im Wasser. Wir werden schwimmen müssen. Könnt ihr schwimmen, Herr? Ich schüttel den Kopf. Ich werde mich am Tier festhalten. Werft mir das Seil aus der Satteltasche rüber, wenn ich drüben bin. Ich nicke. Und Farah geht weiter, schwimmt hinüber. Kein Krokodil frisst die junge Frau. Gut. Dann hole ich aus und werft das Seil. Farah fängt es und macht eine Schlaufe dran. Hierher. Fangt es wieder. Bindet es euch um den Bauch herum. Ich folge der Anweisung. Anweisung. Ist nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug. Ich bin das fest. Ein bisschen wütender als nötig. Und dann klammere ich mich ans Pferd und schlack dem Pferd auf den Hintergrund. Das wiert einmal und geht nach vorne. Hört mich fest. Auch ihr. Das Pferd nur zu den Hufen. Ja, zu den Hufen und dann steht es auch das Pferd zur Hälfte im Wasser. Du schaust dich um. Nichts beunruhigendes. Klausche. Klausche weiter. Weiter. Weiter, Tier. Weiter. Das Pferd. Weiter. Und ihr seid fast am anderen Ufer angekommen. Dann gibt es einen Ruck. Am Pferd. Ich schaue mich um. Panisch. Blicke. Wo? Was? Wie? Hinter dir ist das... Ist ein Alligator, der sich in die Wade des Pferdes verbissen hat. Ich schreie auf. Ich schreie auf. Ich greife. Ich ziehe den Dolch. Halt ihn unsicher in die Richtung. Weg! Weg! Ruf ich. Herr! Komm drüber! Komm drüber! Es kommen noch mehr! Ja! Aber, aber... Dann sehe ich sie im Wasser, wie sie Pfeilschnell auf uns zuschießen und bin wie ein Start. Weiß nicht. Kann nicht. Aber ich muss. Ich... Vertraut mir! Hüpft ins Wasser! Ich blicke sie an. Panisch. Steht sie dort. Sie hält das Seil schon in der Hand. Das Seil, was in deinen Bauch gewickelt ist. Ich... Dann packe ich nach meiner Tasche, halte es mir hoch, dass es nicht ins Wasser fällt, auf den Kopf und gleite ins Wasser. Du gehst einmal unter. Der Kopf, alles. Du schluckst Wasser. Aber du spürst einen Drang, einen Zug an dir. Ich kann nicht ziehen, weil ich muss die Tasche hochhalten. Ja, aber du wirst gezogen. Aber gleichzeitig habe ich den Drang zu mich selbst. Ich... Ich... Ich strampe hin und her, wie wild. Du wirst gezogen. Näher. Näher. Und plötzlich... Plötzlich hast du wieder Land unter den Füßen. Konnt ihr! Konnt ihr! Raus aus dem Wasser! Schnell! Ich... Ich taubel heraus. Greif die Tasche weg nach vorne. Taume. Taume greife. Blind in irgendeine Richtung greife nach Fahrer. Und greif sie an die Brust. Ich... Ich mag es gar nicht. Greif einfach nur. Zieh sie an mich. Taume mit ihr. Die Böschung hoch. Als ihr hinunterblickt, seht ihr, wie das Pferd erlendlich verendet. Und sich das Wasser des Flusses rot färbt. Ich stache es an. Dann... 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 Dann blicke ich mich um die Tasche. Wo ist sie? Fahrer hat die Tasche sicher verwahrt und gibt sie dir gerade. Ich reiße sie hier recht aus der Hand. Öffne sie. Schau nach dem Buch. Dem Buch geht es gut. Es ist nicht nass geworden. Dann blicke ich die Frau an. Wir müssen weg hier. Ein Stück weg von den... Von den... Von den Kokonieren. Dann müssen wir uns trocknen. Unsere Kleidung... Weg. Wie warm ist es? Ist es noch warm? Es ist noch warm. Aber du merkst merklich, wie es eher... Wie die Luftfeuchtigkeit nach oben gegangen ist. Okay. Hier am Fluss. Hier verdampft. Alles. Ich... Ja, ich... Wir taumeln ein bisschen weg. Vom Schilf weg. An eine Stelle, die gut überschaubar ist. Dass sonst kein Krokodil ist im Nichts. Und dann... Leg ich mich erst mal in die Düne. Ich reiße mir die nasse... Die nasse Kleidung vom Leib. Ohne... Nennenswert nachzudenken. Und atme tief durch. Der Vorrat. Die Pelze. Alles. Ist weg. Ja. Hast du das Kästchen mit der Armbrust noch? Oder war das auch am Pferd? Ist in meiner Tasche. Die wichtigen Sachen waren alle in meiner Tasche. Gut. Auch das Geld. Auch das Dolch. Ich... Blicke mich umsuche nach Pfarrer. Pfarrer sitzt dort ein wenig abseits. Ist total lethargisch und... Schaut... Tumpf in die Leere. Der Blick ist geweitet. Es weifte. Verdammt. Ich muss... Ich stehe langsam auf und... Gehe auf sie zu. Pfarrer. Sie schluckt einmal und nickt langsam, aber schaut nicht auf, sondern... Schaut noch weiter... In die Luft. Das hast du gut gemacht. Ihr hättet sterben können. Ja. Das ist... Das ist so. Es gibt nichts, was wir... Sie schaut dich an und Tränen sind ihr im Gesicht. Warum? Warum was? Warum tust du all das? Weil es das Richtige ist. Dummes Kind. Du dummes... Dummes Kind. Mein Herz. Es bocht. Wieder dieser verdammte, warme Funke. Gut. Spür ich wieder. Guck mich nicht so an. Ich befehle dir, mich nicht so anzuschauen. Pfarrer steht langsam auf. Solltet wirklich darüber nachdenken, wie ihr die Leute behandelt, die euch am nächsten sein, sind. Und geht dann weiter. Richtung der Flusskabelung. Ich bin der Pfarrer. Ich kann die Leute behandeln, wie ich will. Sie antwortet ihr nicht mehr. Sie geht einfach weiter. Du bist meine Dehnerin. Meine Dehnerin bist du. Verstehst du das nicht? Nicht mehr. Ja, ein Werkzeug. Tappt. Träte gegen einen Busch. Und dann kommt es... spricht eine Stimme in deinem Inneren zu dir. Herzen. Sei still. Du weißt nicht, was du recht hast. Das Herz ist einfach nur ein Organ, das Blut durch den Körper pumpt. Sei still. Pfarrer ist nun schon ganz weit draußen. Tappt. Ich packe die Tasche und gehe hinterher. Ihr lauft ein paar Tage. All diese Tage bricht Pfarrer mit dir kein Wort. Ich auch nicht mit dir. Und wir schlafen getrennt. Das steht fest. Ich versuche sie so wenig wie möglich zu beachten. Und ständig, wenn du schläfst, träumst du immer wieder diesen selben Traum von den Blutspuren. Farrer gekettet an denen. Dein. Die Priester verführen ein Ritual. Das Ritual wird immer ein wenig deutlicher, sobald du da bist. Wenn ich eine Waffe in die Hand kriege, indem ich dieses niedere Weibstück opfere, warum sollte ich das nicht tun? Das rede ich mir immer wieder ein. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich den Traum sehe, rede ich mir das ein. Nachdem ihr ein paar Tage so gereist seid, am Horizont, könnt ihr Bäume entdecken. Grün wie die Bäume an den Oasen, aber anders. Groß. Riesig. So groß wie der Würfel selber. Ich starre. Wie haben wir uns ernährt? Konnten wir im Fluss fischen? Ihr konntet fischen, ja. Habt vielleicht ein paar Hasen niedergejagt. Obwohl, nein. Fischen war wahrscheinlicher. Denn zum Hasenjagen braucht man zwei. Das Fischen ist eine der wenigen Sachen, die ich tatsächlich kann. Mein Vater hat es mir beigebracht. Ich weiß es noch. Als wir an diesem Ort waren. Auch am Fluss. Eine große Villa. Das ist lange her. Das kann ich. Nicht gut, aber ich kann es ein bisschen. Ich weiß, was man tun muss, um die Fische zu fangen. Richtige Stelle. Ein spitzer Stock. Sehr viel Geduld. Aber im Fluss sind viele Fische. Wenn man geduldig ist und wartet, dann gibt es den richtigen Moment. Ich bin nicht sehr geschickt, aber mit der Zeit wird es mir vielleicht gelingen, den einen oder anderen zu fangen. Und wenn ich dann einen habe, dann blicke ich auf. Kurz vergessend, kurz vergessend der Streit, schaue ich ganz stolz auf, den Fisch hochhaltend lachend zur Fahrer. Sie blickt dich nur an und dreht sich um und macht Feuer bereit. Ich salfte den Fisch hier hin. Bereit ihn zu. Aus ihrem Augenwinkel betrachte ich sie. Dieses anmaßende Mädchen. Was fällt dir ein? Was fällt dir ein, mir gegenüber sich so zu verhalten, so störrisch? Sie gehört mir. Sie ist meine Dänerin. Mein Eigentum eigentlich, wenn man es genau nimmt. Alles gehört mir. All das hier. Was fällt dir an? Wenn ich sie opfern will, dann werde ich sie opfern. Diese störrische Art mochtest du einmal an ihr. Erinnerst du dich denn nicht? Wieder diese Stimme. Ja. Aber ich kann mir das nicht erlauben. Ich kann mir den ganzen Zorn nicht erlauben. Und ich kann mir das alles hier nicht erlauben. Diese ganzen Gefühle, geh weg. Du hast mich schon so lange eingesperrt. Du weißt, warum. Stimme zieht sich wieder nach hinten. Du weißt ganz genau, warum. Du bist gefährlich. Logik. Plan. Das ist es. Ich überlege mir zum hundertsten Mal, was ich tun soll. Was will ich bei den Dunder? Ich muss herausfinden, was die Träume bedeuten. Das ja. Und ich brauche Verbündete. Die Dunder, das weiß ich. Die haben viel davon, gegen mein Recht zu gehen. Ich kann ihnen viel schenken. Sie sind doch wilde. Sie haben kein Wissen. Sie sind dumm. Ich kann ihnen, ich kann ihnen die Geheimnisse der Welt schenken. Und wenn das bedeutet, dass ich sie opfern muss? Ich schlucke. Esse von meinem Fisch. So vergeht der Abend. Lägt ihr euch auch nochmal schlafen? Ja, wieder abwechselnd. Wie immer. Getrennt voneinander liegend. Ihr schläft zuerst? Sie. Die Geräusche dieser Umgebung sind so seltsam. Laute Geräusche sind es. Es ist nicht diese Ruhe der Wüste, wie du sie jetzt kennengelernt hast. Laute Geräusche. Irgendwelche Tiere, die aus den diesen Wald vor euch kommen. Ha. Voller Leben. Auch die Wüste ist voller Leben, aber das hier ist was anderes. Die Wüste ist eine Melodie, eine Melodie des Lebens. Das hier ist schäppernd. Wild. Überall. Allgegenwärtig. Ein Geschrei. Irgendwann wecke ich sie. Pfarrer, du bist dran. Stumm. Setzte sich auf, nimmt den Platz am Feuer ein und hält Wache. Aber ich kann noch nicht schlafen. Ich liege wach und Pfarrer. Ja? Ich weiß, du bist wütend auf mich. Es ist nicht dein Recht, wütend zu sein, aber du wüsstest trotzdem. Du verstehst ja nicht. Du verstehst nichts. Schlafft. Wenn ihr mich beleidigen wollt, dann könnt ihr das auch noch am Tag. Ich will dich nicht beleidigen. Aber ich schließe die Augen. Mein Herz, es pocht. ist ein verdammter warme Funke. Er soll weg. Ich will das Eis spüren in mir. Da fühle ich mich wohl damit. Das kenne ich. Verdammt. Kalt. Kalt ist dir. Kalt, so kalt. Du stehst in einer Landschaft aus Schnee und aus Schnee und Sie kommt dir seltsam vertraut vor. Ich blicke mich um. Ist dieses Licht wieder da? Ja. Das Licht ist da vor dir. Und ist es schwach? Dieses das Funken geht fast aus. Es flimmert. Halt. Warte. Es geht nicht aus. Ich bin doch da. Ich renne drauf zu. Du rennst drauf zu und dann wird dir klar, warum diese Gegend dir so bekannt ist. Es ist der gleiche Traum, den du immer hast. Nur nun ist dieser Wald, diese Lichtung ist voller Eis und Schnee bedeckt. Die Stufen, die Stufen des Tempels, ja, sie sind glatt, kalt. Ich gehe sie ganz vorsichtig hoch, Angst auszurutschen, ganz vorsichtig ein Schritt nach dem anderen, die Kälte unter meinen Füßen spürend. Als du oben bist, ist das traute Bild. Pfarrer liegt gefesselt auf diesem Opferstein, die Kultisten umherum. Was willst du von mir? Ich möchte gar nichts von dir. Die Frage ist, was du möchtest. Es ist nicht von Belang, was ich möchte. Die niederen Wünsche eines Jungen sind nicht von Belang. Ich bin der Pfarrer. Ich bin der Herrscher der Welt. Der Herrscher deiner Welt. Aller Welten. Nein. Ich schaue trotzig. Die Amo sind nicht ohne Grund in ihre Gebiete aufgeteilt, Junge. Wo ist der Fennec? Ich will den Fennec. Warum hört er mich nicht? der Priester vor dir löst seine Kutte. Karim steht vor dir. Du hast was vollbracht, Junge. Was? Was? Ich schaue mich panisch um. Das Licht. Du siehst das Licht vor dir. Vor Fahrer. Ich springe vor. Greif nach dem Licht. Das Licht liegt in deiner Hand und es wird zu schwach. Geht fast aus. Ich puste, damit es wieder wie eine Flamme sich entzündet. Aber es hilft nicht. Warte, warte, du musst zu mir kommen. Fennec, ich brauche deine Macht. Die Hand Karims liegt sich auf deine Schulter. Kein Fennec, brauchst nur dich, dich, darum geht es doch. Um dich geht es, Junge, um dein Wohlbefinden, um die Macht, die du haben möchtest. Ich möchte keine Macht. Es ist nur so, dass sie mir zusteht. Es ist die Macht, die ich haben muss. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber so ist es eben. Ja, so ist es eben. Die Macht, in dir nevig gelegt. Dein Recht, dein Geburtsrecht dich da, Junge, macht herrschen. Ja, dafür bin ich geboren. Ich bin außersehen für Fennek. Das Totem, das seit Jahrtausenden nicht erschienen ist, es gehört mir, ich gehöre ihm. Ich bin dafür auserkoren, diese Welt zu regieren. Dort dann spricht Tarem die Worte, sie zu retten oder zu zerstören. Die Worte der Prophezeiung. Darauf antworte ich nicht. Stache nur nach dem Licht, aber meine Augen wandern, ohne es wirklich zu wollen, vom Licht weg. Zur blutigen Fahrer, die da angekettet ist. Stachen sie an. Deine Hand das Licht verwandelt sich in deinen Dolch. Ich trete langsam auf Fahrer zu. Ja, Junge, hol dir dein Geburtsrecht. Ich umschließe den Dolch. Ich stehe vor Fahrer, ich starre sie an. Ich brauche diese Macht. Mädchen, verstehst du das? Ich brauche diese Macht. Fahrer schaut dich einfach nur mit großen Augen an. Du hörst diese innere Stimme gleichzeitig mit ihrer sprechen nach all dem, was ich für dich getan habe. Ich höre hinein in mein Herz, das pocht, da ist Kälte, eisige Kälte, aber zugleich ein heißer Funke. Sie ringen miteinander, sie tanzen umeinander herum. Es ist nicht so ganz eindeutig, wie die Oberhand erringen wird. Und dann hebe ich den Dolch und sehe die blutige Frau und stelle mir vor, wie ich ihr die Kehle aufschneide, wie das Blut aus ihrem Hals quillt, das warme Blut. Und mir wird speiübel. Speiübel wird mir allein von dem Gedanken, ich bin ein Kind der Bücher. Und dann drehe ich mich um zu diesem Karin Priester, also ich strecke den Dolch in seine Richtung und öffne die Hand. Ich lasse den durchfallen. Ich bin nicht du. Wird es nicht sein. Und plötzlich spürst du diese Hitze in dir, diese Wärme. Sie geht von deinem Herzen aus. Das heiße Herz. Es ist dieser da. Die Liebe. Die Liebe zu meiner Familie, die Liebe zu meiner Mutter, die Liebe zu meinem Vater. Ich starre, Karin Mann. Du verstehst gar nichts. Du dummer Mann. Ich werde kommen. Und ich werde dich vertreiben. Und du wachst auf. Sind wir noch in diesem Sonderbahn Wald? Ihr seid davor. Ihr habt davor euer Lager aufgemacht. Ich verstehe nicht, was das dort dann will. Amon. Was willst du, Amon? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dieses Mädchen. Das ist ein dreckiges verkommenes Ding. Aus einem Wüsten stammen. Nicht meines Blutes wert. Meine Familie hat mich verstoßen. Was willst du mit dieser Wärme? Was willst du mit diesem fürchterlichen Wort? Es ist unlogisch und macht keinen Sinn. Und das hat mir nur Elend gebracht bis jetzt. Schaust du auf Sarah? Mein Blick wandert zu ihr, ja. Du hörst das Pochen, laut Pochen. Du hörst Geschrei, elendes Geschrei, wimmern, wimmern hörst du von einer Frau, dann hörst du ein hackendes Geräusch, wie als würde jemand einen Spieß in einen Körper treiben. Ich greife nach dem Dolch, ich schaue mich um, wo, wo passiert das? Sobald du auf ein Fahrerwerk schaust, hörst du nichts mehr. Was? Ich, ich verstehe nicht. Ich schüttel den Kopf, mein Geist ist voller wirrer Gedanken. Atme kurz durch, dann blicke ich wieder zu dem Mädchen. Ich werde mich schauseln. Du hörst Kinder lachen, Kinder lachen, gletschendes Wasser. Und deine Stimme, die ruft, Fahrer, Vater ist da, Vater ist da. Ich, ich blicke mich wieder um, wo, 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 wo kommt die Stimme her? Und wieder, nichts, du hörst nichts. Ich verstehe nicht. Ich, ich stehe auf, strecke mich kurz. Ich wuschle mir selber durchs Haar, ich schüttel mich, dann gehe ich langsam auf sie zu, bis ich vor ihr stehe. Die Stimmen, sie werden immer lauter, wenn du auf sie zugehst. Ich komme her. Ich stache sie jetzt an. Vater, Vater, wo bist du nur gewesen? Ich schüttel meinen Kopf, schlag mir, gegen die Ohren. Was, hör auf, was? Schau wieder weg, schau zu Boden. Die Stimmen sind wieder weg. Ich werde so warm plötzlich. Warm, heiß. Ich schwitze, ich kriege am Luft. Vater, wach auf, wir müssen weg. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich schau sie an. Warum verletzt du mich so? Was? Was? Warum? Was ist los? Herr, sind Tiere in der Nähe? Was meinst du damit? Warum verletzt du mich so? Du weißt ganz genau, ich habe es erklärt, ich bin der Pfarrer, du bist eine Dienerin, ich behandle dich, wie ich dich eben behandeln muss. Aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Was? Ich stasse sie an. Und dann kommt mir der Gedanke, sie hat es gedacht. Un Civ nodes Sch S S. 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 Untertitelung des ZDF, 2020